. . . . . . . . Wie? Was? Wo? Stefan Kiefer! Jawoll! Wir verhaften Sie! In Baustellen oder was? Sie werden angeklagt wegen Aufriegelerei gegen die Obrigkeit! Oh, ja, zurecht! Wer bügelt sich? Rabant! Was hab ich jetzt davon? Keine Gnade! Oh je! Hier folgt Marianne! Spieser! Das ganze zweite Glied! So, wir haben einen prominenten Gefangenen. Stefan Kiefer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stabrat, ist gerade gefangen genommen worden. Angriff! Schiff! Ficks! Und du alter! Das ist schön! Ich sag, Schiss! Zum Schlag hart und legt an! Geh, Fall! Die Tallinnahme mit Begleitung zum Marschbereich, rechts, 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 rechts! Was soll ihr tun? Wie hoch soll die Sprache sein? Wie hoch soll die Sprache sein? Ich schaff! Freiheit! Dankeschön! Ich vergesse euch nicht!